Es ist gerade darüber gesprochen, dass ihr die Preise je nachdem macht, wie viel man bei dem Kunden auch an Umsatz generieren kann, wie viele Ressourcen da eingesetzt werden etc. Also je größer der Kunde, desto größer auch das Budget, was mit einem kleinen Kunden sich nicht rechnen würde. Wenn du da mit 10.000 Euro festkommst und bei einem großen Kunden die Verantwortung und die Ressourcen noch viel zu groß sind, dass das dann sich mit so 1.000 Euro auch nicht rechnet. Es gibt aber auch andere Unternehmer, die sagen, ich mache Festpreise, egal was ist, weil ich dieselbe Dienstleistung, dieselbe Qualität immer liefere. Das wäre nicht fair gegenüber, jetzt dem einen, der mehr bezahlen kann, mehr zu chargen, aber weil ich es kann und bei dem kleinen Bäcker von der Ecke im übertragenen Sinne weniger zu machen, auch wenn er dann quasi dasselbe rausbekommt. Wie stehst du dazu? Also wir verkaufen ja Individuallösungen. Das heißt, jeder Kunde wird individuell behandelt und jeder Kunde braucht eine komplett andere Leistung tatsächlich, die wir erbringen. Du kannst nicht einfach sagen, ja für jeden machen wir Facebook, Instagram Ads, für jeden machen wir LinkedIn Ads, für jeden machen wir YouTube Ads und E-Mail Marketing. Weil es ja alles, was komplett anderes ist, je nachdem, was du für einen Kunden hast und was sein Ziel ist, welche Produkte er verkauft. Wir haben Kunden, dort verschwenden wir, jetzt mal so gesagt, effektiv 30 bis 60 Minuten am Tag, die wir mit Mitarbeitern aufwenden, um eben zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Und dann gibt es Kunden, dort investieren wir drei bis vier Stunden am Tag, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Und dort arbeiten wir dann mit drei, vier Leuten an der ganzen Sache dran. Es braucht viel mehr, sag ich mal, auch Verbesserungsschleifen, viel mehr Neues, viel mehr Kreativität, Erfahrung, viel mehr Blick drauf. Es ist was anderes, bei einem Kunden 60.000 Euro Budget im Monat zu verwalten und einen Kunden zu haben, bei dem du 5.000 Euro Budget verwaltest. Das heißt, es ist eine Individuallösung, die du verkaufst, die du nicht pauschal jedem gleich berechnen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel als Videograf jedem sagst, okay, zwei Videos pro Woche, einen Drehtag, ich schneide alles für dich, ich lade die Sachen hoch, mache dir Thumbnails und, und, und. Dann ist es effektiv ein und dieselbe Leistung für jeden. Zwei Videos pro Woche fertig. Wenn du jetzt natürlich hingehst und sagst, okay, ich habe jetzt einen Kunden, zu dem muss ich irgendwie, ich muss zwei Tage, müssen drauf gehen, weil ich muss weit hinfahren, dann weit zurückfahren. Wir brauchen den ganzen Tag, weil der ist extrem langsam. Wir brauchen verschiedene Drehorte. Wir haben dann 30 Minuten pro Video. Ich sitze danach exponentiell länger an dem Schnitt und so weiter. Ist das wieder eine andere Lösung, als wenn du mit mir arbeitest, wo du 5-10 Minuten Videos schneidest, wo du keine großen Skripte schreiben musst. Du kommst her, zwei, drei Stunden, wir sind fertig und du fährst wieder. Weißt du, also dann wegelst wieder gerechtfertigt einem anderen Kunden, der dich effektiv mehr Zeit kostet, aber auch mehr Gehirnschmalz kostet, mehr davon zu verlangen. Und auch wenn Leute kommen und sagen, ja, aber du brauchst doch gar nicht mehr so lange dafür, für die ganzen Sachen und sonst was. Du musst mich dafür bezahlen, für den ganzen Schmerz, für die ganze Erfahrung, für die ganzen Learnings, für all den Abfuck, für all das Geld, für all das auf die Fresse bekommen und sonst was, was ich durchmachen musste, bis ich an dem Punkt bin, wo es jetzt so aussieht, als ob ich das ganz leicht für dich hinbekomme. Dafür hast du mich zu bezahlen. Nicht dafür, dass ich jetzt nur eine Stunde brauche, um deine Ads zu schalten, statt acht. Und was bist du für ein Sadist, dass du mir nur das Geld bezahlen willst, wenn ich dir nachweise, dass ich acht Stunden lang am Tag in einem Werbemanager saß, wenn ich das gleiche Ergebnis oder ein besseres auch in einer Stunde hinbekomme. ... Untertitelung. BR 2018